Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video von mir. Wie ihr ja wisst, ist es seit einigen Monaten mittlerweile schon das Thema Yoga bei mir, aber vor allen Dingen Yoga mit den Kindern ein sehr, sehr großes Thema hier. Und das ist jetzt nicht einfach so, dass man sagt, komm, ab heute machen wir Yoga und die Kinder sind so, ja, toll! Sondern da muss man manchmal auch schon ein bisschen motivierend sein und ein bisschen auch herausfinden, wie man es für seine Kinder passend gestaltet. Und da habe ich etwas Neues gefunden, was für uns sehr, sehr gut funktioniert. Also meine Kinder sind halt nicht so, wir haben da so ein Buch mit Übungen liegen und jetzt machen wir das irgendwie. Okay, YouTube-Videos funktionieren tatsächlich sehr gut. Da gibt es ja auch Angeleitete für Yoga für Kinder. Und was bei uns sehr, sehr gut funktioniert, ist dieses Kartenspiel. Das sind die Yoga Linus von Petra Morcha. Das Kartenspiel für kleine Yogis mit 30 Übungen zum Austoben und Entspannen. Ähm, vom Riva-Verlag ist das. Ich verlinke euch das Kartenset dann auf jeden Fall unten in der Infobox. Und das kann man halt ab zwei Spielern spielen. Wir machen das zu dritt, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ist angedacht ab vier Jahren. Ähm, Svea ist ja jetzt gerade vier geworden und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Man kann ja auch so ein bisschen für sich abgewandelte Varianten, ähm, davon machen. Und zwar lese ich mal vor. Perfekt gegen Langeweile oder als Ausgleich bei Bewegungsdrang. Mit diesem Kartenspiel können Kinder Yoga ganz ungezwungen für sich entdecken und dabei ihre Beweglichkeit verbessern, ihren Gleichgewichtssinn trainieren, ihre Konzentration fördern und sich so richtig austoben. Die fantasievoll illustrierten Karten bieten unzählige Möglichkeiten, Kindern Yoga spielerisch zu vermitteln. Im Begleitbuch finden Sie hilfreiche Infos zur Yoga-Praxis mit Kindern, Anleitungen zu den Übungen und kreative Spielideen für jede Menge Spaß. Also da gibt es halt auch verschiedene Spielvarianten, die man mit diesen Karten machen kann. Die werden halt auch in diesem, ähm, Büchlein erklärt. Aktuell machen wir die Spielvariante, dass wir alle Karten verdeckt auf den Boden legen und, ähm, nacheinander zieht dann jeder eine Karte und wir machen diese Übung. Angedacht ist es schon so, dass man dann alle Karten am Ende aufgedeckt hat. Da kommen wir aber meistens nicht hin und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also wenn wir da, wenn da, ähm, jeder so zwei-, dreimal aufdeckt und wir so zwischen sechs und neun Übungen schaffen, ähm, reicht das für mich völlig. Man könnte die Karten auch noch, ähm, sortieren, weil bestimmte Übungen ja für bestimmte Überthemen stehen. Und zwar gibt es Übungen für mehr Kraft und Energie, dann gibt es Übungen für Konzentration und innere Stärke, Übungen für Entspannung und Ruhe. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte es vielleicht speziell mittags oder abends machen und da könnte man die Karten so auch noch sortieren. Das sind dann immer, wenn man die in diese Kategorien teilt, zehn Stück, dass man dann halt nur zum Beispiel diese Übungen in einem Set macht. Und in diesem Buch hat man dann halt nochmal erklärt, also hier ist zum Beispiel die Übung Baby. Die Karte kann ich euch auch mal zeigen. Die sind auch schön, ähm, schön groß, die Karten, ne? Also die haben hier so ein Format und das Baby sieht zum Beispiel so hier aus. Ähm, und dann steht halt nochmal erklärt und das würde ich immer den Erwachsenen im Vorfeld empfehlen, sich vorher die Übung anzugucken und das auch mal auszuprobieren. Ist natürlich auch schön mit Kindern herauszufinden, wie die Übung funktionieren könnte, aber so ein bisschen Sicherheit als Erwachsener, dass man weiß, wie es funktioniert, finde ich ganz gut. So, dann hat man hier halt zum Beispiel das Baby und hat halt erstmal erklärt, ähm, zum einen wofür die Übung gut ist. Also das Baby ist zum Beispiel diese Übung dehnt das Becken, fördert die Verdauung unentspannt und dann ist halt so ein bisschen erklärt, wie man es machen kann. Das heißt, man könnte sich auch neben seine Kinder setzen, die Anleitung so ein bisschen vorlesen und bei den Kindern halt gucken, dass sie es richtig umsetzen. Genau. Ähm, ich wollte gerade nochmal gucken, ähm, weil ich mich noch nicht so mit den anderen Spielvarianten auseinandergesetzt hatte. Es geht auch mit Würfeln und dann wird die Zahl der Würfelaugen, ähm, gibt dann an, wie oft die Übung zum Beispiel wiederholt werden muss. Ähm, eine Geschichte erfinden mit den Yoga-Übungen. Ähm, ja, also es gibt insgesamt, also die Spielvariante, die wir spielen, dann gibt es noch eins, zwei, drei, vier andere. Also da kann man dann auch bunt, ähm, mischen und immer wieder halt auch eine neue Richtung reinbringen. Ähm, also das funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich das sehr gerne mit euch teilen. Ich verlinke euch die Yoga Linus unten in der Infobox, falls das für jemand ein Thema ist und interessant ist. Schaut euch das sehr, sehr gerne an. Ich kann das sehr empfehlen. Ich finde das super aufbereitet, eine coole Idee, das umzusetzen und das funktioniert bei uns. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!